Ja, jetzt, wenn ich überholen will, gibt er plötzlich Gas, der Idiot da vorne, oder was? Ich knurr dich gleich unter dem Elke, wie drunter, ey. Böschle. Ich geh jetzt so auf die Bootspur. Nein, jetzt überholt er auch. Mich rechts überholen, das wirst du nicht schaffen, mein Freund da hinten. Vergiss es lieber gleich, rechts kommst du noch nicht an mir vorbei. Da kannst du den Radieschen, äh, hallo sagen. Kannst du dir von unten betrachten, wenn du willst. Scheiß Wetter, aber ist wurscht, wir rasen hier über die Autobahn mit 90, ne, 84. Sag mal, warum schleichen hier alle so entlang? Was soll denn das? Weißt du, wo der Gaspedal ist? Rechte Seite, tritt mal mit dem Fuß drauf, dann wirst du es merken. Ei, 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 ei. Maut, nee. Hat er jetzt gerade tschechisch? Sind wir schon in der Tschechei eigentlich? Ja, ne? Ich weiß es ja nicht, steht ja nichts dort. Herzlich willkommen in der Tschechei. Sie verlassen Deutschland. München? Wieso Geschwindigkeit? Ist mir doch wurscht. Hey Jungs, ich fahre schon seit über 36 Stunden. Also von daher gesehen, ist mir das sowas von scheißegal. Das sind Peanuts für mich. Hey, 500 Euro, das sind Peanuts. Peanuts, jawoll. Wo müssen wir, wie viele Stunden haben wir? Eine Stunde ist 46 Minuten Fahrtzeit haben wir noch. Ah ja. Alles klar. Ne, ist ja nicht noch was schon. 89 Fahrt ein. 86, 87, 83, 82. Was ist denn jetzt? Hat mein Tempomat nicht angenommen. Das ist eine Gurke hier, ey. Es wird langsam hell. Guck, schau, die Sonne kommt raus. Ne, stimmt zwar nicht, aber passt schon. Aber hell wird es. Hoppala. Hier nicht 90, du hau dich nur Ländiger. Ei, 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 ei. A5. Tschechische A5. Wie viele haben wir eigentlich? 5 Uhr 17. Hoppala. Wie schnell darf man hier eigentlich fahren? Hier steht nirgends ein Schild, wo was... Ich hab jedenfalls kein Schicksal, wo draufsteht, dass ich so und so schnell fahren muss. Deswegen schleich ich hier ja mit 68 am Kollegen vorbei. Ich weiß nicht, ich darf mir hier 60 fahren, 70, 80? Ich weiß es nicht. Hier fährt er auch schneller, also geben wir mal Gas hier. Wir sind jetzt nicht so auf der Autobahn, oder? Ach, hier müssen wir eh runter. Ich glaub, das war falsch jetzt grad. Hm, egal. Das Navi weiß ja schon, wo's lang geht, ne? Genau. Das Navi wird jetzt gleich sagen, auf der Autobahn drehen, natürlich. Wollen wir wetten? Wer sagt gar nichts? Naja, gut. Bitte wenden. Hier, bitte wenden. Da, guck. Rot, grüner Pfeil noch auf die andere Seite. Das heißt, bitte wenden. Nichts anderes. Da kommt jetzt ein Tunnelchen. Tunnel. Oh, die Richtung geht's auch. Eine Stunde, 27 Minuten. Der wird immer langsamer. 47 kmh. Sag mir Bescheid, wenn du der Gaspedal wieder gefunden hast. Du kannst das Lenkrad nicht loslassen, ne? Das geht nicht. In dem Spiel. Da kannst du das Lenkrad nicht loslassen. Soll ich von der Autobahn runterfahren und hier quer durch die Wallachai fahren, oder was? Ne, ne, Freunde der Nacht. Würdest du vielleicht jetzt mal ausgehen? Danke. Ach, sehe ich noch so weit. Mal gucken, wo uns hinscheucht. Was war noch mal Karte? Karte. Ach, guck mal an. Hä? Ach, mir werden da rumkomme. Jetzt waren wir da rum. Ach so. Ach so. Oh, okay. Sag bloß, der wird da lang fahren. Ey, ich krieg' einen Hals heute. Nirgends ein Schild, wo die Geschwindigkeit draufsteht und dann wirst du geblitzt. Ähm, wir fahren übrigens gerade wieder verkehrt, aber es ist mir wurscht. Geht mal im Arsch vorbei. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Da fahren jetzt eine Ausfahrt. Ja, das ist Komfort. Linz, nein, Österreich. Wir fahren jetzt nach Österreich. Wir verchecken die Ware in Österreich. Ja, wir fahren nicht durch die Tschechen. Die brauchen das Zeug nicht. Das verchecken wir jetzt in Österreich. Die, die Österreicher, die freien sich. Ne, anders, oder? Doch, hier geht's runter. Weil das, es, 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 es irritierend. Ähm, weil die hier immer die gleiche Ausfahrt machen wie hier zum Beispiel, ne? Hier zum Beispiel. Da kannst du so und so rumfahren. Bleib stehen mit deinem Häufel elend, ey. Weil ich bin schwer und lang. Ich bremse nicht für dich. Und an der Stelle machen sie dann so'n Scheiß. Jetzt willst du mich aber verarschen hier, oder? Kann das sein? Kommt der den Berg nicht hinauf, ey. Ich pack das nicht. Hat, was weiß ich, wie viel, 460 besser die Maschine. Oder 410, oder wat der Geier. Kommt der dat Bergchen nicht hoch. Dann kannst du deinem Friseur erzählen. Der hat deinen Hund gerade immer, äh, frisiert. Oder wat der Geier, ob der dir gerade die Schamhaare kürzt. Mit der Gattenschere. Doch, wahr, ey. Ei, 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 ei. Ehrlich. Wie schnell darfst du von dir fahren? Die Schilder sind genial. Die siehst du kaum, Frau Lauter. Ich hab's nicht aus. Ich hab mein Licht ausgemacht. Erster Aufenthalt in Braja. Ich zige, ja, ja, jewee, jewee, jewee. Guck mal, rote Ampeln. Wir haben schon lange keine rote Ampeln mehr gehabt. grad aus grad aus und so weiter blablabla grün grüne wird's nicht frühling ist vorbei dem straßenverlauf weiter geradeaus folgen und dann links fahren kreisverkehr renault händler entdeckt ja willst du mal fahren mit deiner kurke hier oder was ey ringelbeatz mit eier streicheln kannst du mit jemanden anders spielen aber nicht mit mir nächste rechts abbiegen bitte in 200 meter bitte rechts abbiegen was achso rechts abbiegen ok jetzt rechts abbiegen geht nicht aus der mauer bitte jetzt rechts abbiegen geht nicht aus der ampel im weg außerdem sind da viele viele autos und ein bus es gibt solche navis da wollte man navi von mir dass ich auf der autobahn links abbiege auf der bundesstraße bundesstraße die bundesstraße in berlin zweispurig leitplanke in der mitte bitte jetzt links abbiegen da haben wir ein problem bei den lkw kriege ich nicht über die leitplanke drüber ja bäcker eben das war ein bäcker da war auch keine ausfahrt wie auch wenn da eine lkw ist auflieger läuft nach wunderbar so dem straßenverlauf bitte 42 minuten lang folgen bis 42 minuten bis zur ankunft in vizi futzli schlacketod ok alles klar ist ja noch um 7 uhr 22 wann müssen wir da sein 7 uhr 58 hammer oder 7 uhr 25 was sind jetzt noch 35 kilometer 34 minuten 7 uhr 8 uhr ja gib halt gas oder mit deinem häufler elend meinst du vielleicht ich trage dich noch raus oder was putz dir noch den arsch ab dabei vogel du komischer guck mal da drüben ist das ziel mal gucken industriegebiet polen gibt es hier auch ich habe ich gesehen auf der karte ja russland gibt es nicht das weiß ich also hier im spiel das ist aber eine ziemlich schmale ausfahrt alter mann da links und rechts die leitplanken gut ok ja die ausfahrt ist schmaler gebe ich zu nicht du hier du du hier du hier Bis zum nächsten Mal.